Hallo allerseits, ich bin heute auf der Spielwaremesse auf der Neuheitenschau und bin hier am Fischertechnik Stand beim Markus Keller, Geschäftsführer von Fischertechnik. Und er erzählt uns, was es heuer für Neuheiten gibt für Kinder in verschiedenen Altersstufen. Fangen wir hier an, ich glaube mit sieben Jahren. Ja genau, hallo. Also ab sieben Jahren haben wir den Baukasten Universal 4. Klassischer Grundbaukasten aus dem 40 Modelle gebaut werden können als einfacher Einstieg in die Welt der Technik. Man sieht, dass man schöne Funktionsmodelle bauen kann und wie gesagt, derer 40 an der Zahl. Und die Motorisierungen sind serienmäßig dabei oder ist das eine Ergänzungsnetze? Das ist eine Ergänzungsnetze. Wenn viele Motoren schon haben, dann kann der bestehende Motor problemlos eingebaut werden in den Baukasten. Und dann haben wir hier was anderes. Funny Machines steht hier. Genau, Funny Machines. Da geht es um lustige Kettenreaktionen zu machen, die aber auch gleichzeitig so ein bisschen die physikalischen Gesetze näher bringen. Und jetzt können wir uns jetzt mal angucken, was passiert, wenn das Auto gegen die Tür fährt. Im Moment noch gar nichts, weil wir nicht getroffen haben. Letzter Versuch. Noch nicht. Gehen wir ein bisschen näher ran, dann wird es was. Ja. Ja, und so können in drei unterschiedlichen Modellen sehr lustige Kettenreaktionen gebaut werden. Das ist aber sicher nicht alles, was Sie vorher haben. Ich habe mir vorhin herangeschaut, Sie haben ein Hydraulik-Set für größere Kinder. Genau. Ab neun Jahren haben wir ein großes Thema Hydraulik. Da geht es einfach darum, die Technologie der Hydraulik spielerisch verständlich zu machen. Das machen wir in einem Baukasten ab neun Jahren mit fünf unterschiedlichen Modellen. Sie sehen hier hinten drei Funktionsmodelle, die so ein bisschen die Welt der Hydraulik erklären, auch die Technik der Hydraulik erklären. Und dann vorne zwei spielerische Modelle, ein Pistenpulli und einen großen Bagger. Das heißt also, hier haben wir eine Autohebebühne, die hydraulisch gesteuert wird. Genau. Ja. Was haben wir hier aufgebaut? Da haben wir einfach die Erklärprinzipien. Einfach das Erklärprinzip. Wie das Wasser funktioniert. Und das ist hier eine Presse oder was? Das ist die Rundpresse, genau. Rundpresse, ja. Also Rundungsthema Auto. Und dann haben wir eben hier Baufahrzeuge. Einen Faggau und einen Iskubulli. Die sind jetzt mechanisch, kann man sicher dann auch, wenn man will, motorisieren später durch Ergänzungssätze. Genau. Alles passend im System wie immer bei Fischer 6. Und dann haben wir hier nochmal. Als Technik-Thema die Hydraulik. Die Pistenraube. Und das Ganze ist jetzt für Kinder ab 9. Ist für Kinder ab 9. Für die Größeren und Erwachsenen haben Sie noch ein Robot TXT Set. Das haben Sie letztes Jahr groß vorgestellt. Also wir haben ja unsere Robotics-Linie, wo es darum geht, die Fischer-Technik-Modelle mit dem Computer oder per App dann zu steuern. Da haben wir ja letztes Jahr das Thema Internet der Dinge mit unserem TXT Smart Home als sehr erfolgreiches und zeitnahes Thema gehabt. Die ganze Serie geht natürlich auch weiter für die etwas älteren Kinder. Jetzt haben wir Fischertechnik ab 7 Jahre, 9 Jahre erwachsen. Wie ist es eigentlich nach unten? Die Kinder wollen doch vielleicht früher auch schon Fischertechnik kennenlernen. So ist es und deswegen haben wir ganz neu auf der Messe Fischertechnik ab 3 Jahren. Wir haben in der Junior-Baureihe zwei neue Baupisten. Zum einen mal den Easy Starter S und den Easy Starter L. Sie sehen es hier, das sind große, sehr spielstabile Modelle, die die Kinder zunächst einmal zusammenbauen. Das heißt, die Räder werden montiert, das Chassis wird montiert, das Führerhaus wird montiert und dann kann entsprechend mit Fischertechnik weitergebaut werden. So haben wir einen sehr einfachen, sehr spielerischen Einstieg in die Welt von Fischertechnik ab 3 Jahren. Mit dem Vorteil, dass nachher alles noch zum System passt und in sich kompatibel ist. Das heißt, da gibt es auch für den Start jetzt zwei verschiedene Sets. Genau. Das eine ist ein Junior Starter Set, heißt es hier. Junior Starter S und einmal Junior Starter L. Eine große, eine kleine Packung. Unter 30 Euro und für 45 Euro als Einstieg. Da kann man fünf Modelle bauen. In dem Fall sind es drei Modelle als Varianten oder zwei. Und man hat hier einfach den Einstieg in die Systembausteine von Fischertechnik. Genau, ab 3 Jahren. Dann hoffen die Eltern, dass eben die Kinder länger dabei bleiben beim Fischertechnik und Sie auch. Und ich freue mich und es war nett, hier auf der Spielwarenmesse von den Neuheiten von Ihnen gehört zu haben. Bedanke mich. Danke, dass Sie da waren.